Moin Leute, Jumbo-Kinder am Start und Alex natürlich auch gerade. Jumbo macht jetzt seinen eigenen Livestream-Kanal, was auch immer er alles macht. Marc, sag mal hallo. Hallo, guten Tag. Tennis. Jetzt geht's gleich hier rund. Erst in Arsch und dann in... Ja gut, lass mal das Thema mal. Ihr wisst ja, wie das weitergeht, aber wir haben's noch nicht. 22 Uhr, wir haben's gerade mal. 16 Uhr, meine Leute. Jawohl, Leber, das die hat's gemacht. Wahnsinn. Zieht euch auf jeden Fall mal rein, was ihr abgeht. Ihr werdet euren... Ja, ey, 3-0. Fax. Hier geht's richtig herftig ab. Ihr werdet nachher auch online kommen und dann geht's rund um. Das ist der Bescheid. Ja, mach. Ja, wir machen hier Blödsinn. Wir machen heute einfach das, was wir letztes Mal gemacht haben, aber wir sind noch aufregender. Nee, der ist Ramm an Autos, ist immer so. Und wir machen jetzt jeden Tag was anderes, wir überlegen was und wir gucken, wie das läuft. Ja, Mann. Vollgas. Vollgas auf den Flotten. Vollgas. Fick. Ja, und, das ist immer gut. Drum, alle umfahren. Ja, Vollgas. Was ist das dann? Mach's weg. Ja. Ich fühl's blühen, mach mit. Nee. Warum? Kein Lust. Kein Lust. Ne. Ja. Und hier fahren wir durch Stato. Und der lustige Hardrick. Ja. Und hier ist er auch mal wieder da. Ich bin wieder was zu kaufen. Ich spiel grad Food-Liga. Kann ich mich nicht konzentrieren. Ich hab mir grad zwei von Chemnitz der FC gekurvt. Die Verteidigung. Die billig war. Also von daher. Schieß doch rein, du fff. Zack. Aus. Einwurf die ihr. Fatsch. Gibt's den Haag und auch den Freundinnen. Das geht. Verte. Und Kopfball. Und nochmal. Bong. Und die schönen Frauen sind wieder da. Und noch mal ne Katast. Lass allein von mich da und das Zerodos. Und wenn das alles klappt, vielleicht ist auch der andere Kollege. Wenn dann nichts. Und vielleicht liken wir auch den Lolo-Pud. Der wäre stolz, wenn ihn einer liken wäre. Wenn er will, dann liken wir ihn. Das ist ein guter Freund von mir. Der Lolo-Pud. Der ist ein super Kollege. Und er auch gut liebt. Und er macht immer seine Hanke aufgetragen. Und das ist ein lieb. Und das zählt vielleicht den Balle, wenn er gut laufe denn. Und auch seinen Kanal ist und wenn er abonniert wird. Gasball. Das zählt ihm vielleicht auch super gefallen. Und ich hoffe es auch, wenn er ihm auch wieder mal. Vielleicht wieder gefallen wäre. Und noch mal Lewandowski. Und er... Und er... Und er spielt gerade Fußball-Liefer 18. Okay? Und dann... Food-Liga und das hätte ihm freue, wenn er... Einhämen fällt. Und er setzt sich auf rei. Ich habe eine erstellte Mannschaft. Und er hat eine eigene erstellte Fußball-Mannschaft. Und er hat eine eigene erstellte Fußball-Mannschaft. Also das ist ja, weil du ja... Du ziehst ja bei foodt ziehst sie ja kaufen. Und nochmal Lewandowski. weil ich die fall vielleicht die falls ein bg was doch weiter wo es sich nicht so gut wer auch war mehr wenn auch mehr abonnenten der 2 auf bei abo bei mir lokal Freistoß und 11 gibt es auch einen guten Freund, der ist super zu mir er lacht immer, er ist lustig und er braucht auch mehr Abos wer will aufgeben seinem YouTube-Kanal aber vielleicht like ihn, oder abonniert ihn, dann geht es noch nie besser und nochmal über das Gerät aus Klöpfe, das ist Klöpfe, das ist Klöpfe, das ist 6 und seit 4 Uhr zu retten er macht sehr von ihm er macht sehr von ihm Taxi Rennen mit uns Paulor-Tag Er macht alles, aber liked vielleicht ihn, das wäre vielleicht eine Nettigkeit für ihn, das wäre auch schön, bitte, tschau. Und die nächste Halbzeit beginnt. Und vielleicht klappt es auch, wenn er mehr Abonnenten hat und das Zeug, hoffe ich auch. Und ich hoffe, er freut sich auch, unser Zeug, aber bitte, wir sind einfach super, 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 wenn ihr einmal kommt. Ich weiß es mir auch, wenn es noch klappt, aber ich hoffe, schrägt es auch gut auf. Tschüss! Übertragung.